Ja, Leute! What up, what up? Willkommen heute hier zu Knockout Party! Heute spielen wir Knockout Party, wie schon gesagt, und dabei ist der gute Alter Roman. Hallo Roman, was geht? So, und zwar müssen wir uns hier versuchen, gegenseitig auszunocken, aber, lieber Roman, lass erst mal ein bisschen Dings. Lass erst mal... Was ist das hier überhaupt? Was ist das? Was hab ich gerade aufgehoben? Ich hab einfach so... Kann man die Autos fahren? Ich weiß es gar nicht. Ich hab gerade irgendwie so... Stell dich mal bitte dahin, ich will dich mal kurz angucken. Ich bin der Automechaniker. Was war? LOL, du hast so eine Maske auf, LOL. Und du hast so ein dummes Gesicht. Hier, nimm das! Ey! Hast du dich umgehauen? Ja, du hast mich einfach umgehauen, LOL. Oh mein Gott, wie dumm ist dieses Spiel bitte? Wo sind wir eigentlich? Das hier ist so eine Art Riesenbaustelle oder sowas, ne? Ich denke schon. Das ist eine atemberaubende Baustelle. Wir können hier eigentlich voll viel Stuff machen. Ich kann dich hier zum Beispiel mit dem Paddel verprügeln. Guck mal her! Bam, bam, bam! Aber man fällt auch irgendwie voll easy hin, gell? Ist dir mal aufgefallen? Man fällt über easy hin. Ich setz mich mal hier einfach hin und chill mich jetzt hier einfach an Dings. Oh lol! Heb das Paddel auf. Ah, das Paddel ist, glaube ich, jetzt kaputt. Was ist das hier? Noch ein Paddel. Achso, man kann sogar da oben hin. Geronimo! Bam, 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 bam. Guck mal, ich hab dich, glaube ich, gerade einfach so... Okay, lass aber noch nicht killen, lass aber noch nicht killen. Lass mal erstmal so ein bisschen umschauen, bitte, okay? Was kann man denn hier alles machen? Keine Ahnung, was man hier machen kann, aber ich würde gerne... Also man kann die Sachen noch, glaube ich, werfen, oder? Ja, doch, man kann's auch werfen. Übelst nice. Was passiert eigentlich, wenn man hier reinspringt? Passiert dann irgendwas? Ich spring jetzt einfach rein. Oh. Oh, lol, man wird... Ja, wir waren die Runde. Okay, Runde gestartet. Oh, lol, man darf nicht in diese Suppe fallen. Oh mein Gott, weißt du, was das ist? Das ist wie Gangbeasts und Super Smash in Schlecht. Mega nice. Ich spiele jetzt gerade nicht aus einer anderen Perspektive. Spielst du das auch? Nee, aber guck mal, siehst du das? Ich bin gerade einfach nur Zuschauer. Nice, aber guck mal, so... Wurfwaffen erschienen. Guck mal, wo ich bin. Wow, bam. Hä? Oh, lol. Ich spiele aus einer anderen Perspektive, Lars. Ich bin irgendwo gerade rüber gelaufen. Hilfe. Ich stecke irgendwie fest. Äh. Dabei? Yo. Juhu. Hey, hier kann man nach oben. Oh mein Gott, da will ich jetzt nach oben. Lol, was ist das hier? Guck mal, ich bin am höchsten Punkt. Ah! Oh mein Gott. Alter, ich habe irgendwie einen schwarzen Kopf gerade bekommen. Hier ist die... Ich bin in den Zuschauer-Modus, kann mich aber trotzdem selber spielen. Ja. Oh, das ist voll komisch, Mann. Ah, ich bin wieder reingefallen in die Suppe. Ja! Nein! Das war ein Punkt für mich. Steh auf. Hier. Okay, wir müssen jetzt mal ganz kurz... Lass mal jetzt wirklich verprügeln, okay? Bist du bereit? Okay. Okay, warte. Okay, Roman. Bist du bereit für den Kampf der Kämpfe? Wir beide werden jetzt um Leben oder Brot kämpfen. Hast du dein Brot dabei? Wiffen auf... Oh! Oh mein Gott, ich bin so erschrocken gerade. Lol. Ich hatte dich schon fast. Hier sind Dings... Und du bist nur ganz glimpflich davongekommen. Hiya! Du musst aufpassen, dass du... Oh, lol. Tja, gibt es Sachen zum Werfen? Das ist ein Backstein. Kannst du aufheben. Ich hab dich mit einer Tonne abgeworfen. Oh, Junge. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so dumm. Das ist echt komisch. Warte, ich will dich nochmal ganz kurz angucken. Du hast so einen Ritterhelm auf, einfach. Hab ich gerade einen an? Ja, du hast so einen Ritterhelm. Moinsen. Bam! Hilfe! Hör auf wegzurennen. Komm du doch her. Komm hier rein? Nein. Nimm diesen Stein. Oh, Baby. Ich hab ein Paddel. Hier. Oh ja. Zum Cricket spielen oder sowas in der Art. Bam. Ah ja. Ich vermöbel dich. Ich vermöbel dir den Hintern einfach damit. Aber guck mal. Ich hab hier Avantgarde. Ein Schwert. Avantgarde. Alter. Was? Was? Yo. Komm her. Du bist mein Schwert. Bleib weg. Ich prügel einfach weiter auf dich ein. Obwohl du schon auf dem Boden liegst. Alter, wie oft soll ich dann dieses Schwert jetzt noch gegen dich hauen? Oh mein Gott. Oh, der hat... Oh. Alter, ich hab dich gerade richtig getroffen. Oh, kacke. Der hat richtig gesessen. Aber gibt's hier auch Schutzwaffen? Nein. Oh, guck mal. Irgendwie nicht, ne? Nee, Mann. Aber ich hab hier so einen Holzprögel. Halt einmal auf den Dach. Komm her. Oh nein, jetzt hab ich mich selber geschlagen. Ich bin so dumm. So. Aua. Junge, hör mal auf, ey. Was ist los? Aua. Ich hab so einen komischen Hut. Jetzt let's go. Ah. Du hast auch? Hilfe dieser Verrückte. Hilfe dieser Verrückte mit dem Hut. Komm, komm, komm. Hilfe. Hilfe, er verfolgt mich. Diese Karte ist so verrückt. Waffenbestand. Oh, ich hab einen Pömpel. Du hast einen Pömpel? Ich hab einen Pömpel. Oh mein Gott, okay. Ungarda. Und jetzt schieß ich dich mit dem Pömpel ab. LOL. Oh ja. Der alte. Der Dings. Oh Mann, der Obdachlose wirft mich mit Flaschen. Yo. Der hat so gesessen. Zack. Oh, jetzt hab ich dich auch getroffen. Und. Aha. Ausgewichen. Avantgarde. Nein. Zack. Nein. Ich piek's dich. Hä? Zack. Alter, yo. Als Orb Roman hat gewonnen, Alter. Okay, okay, okay. Wow. Alter, mega crazy. Wir sind jetzt einfach in so einem Kolosseum oder so. Mega nice. Kolosseum. Lol, da bist du. Okay. Du hast jetzt die letzte Runde gewonnen, aber ich werde jetzt diese Runde hier gewinnen. Pass auf. Oh nein. Ich bin so dumm. Ja, als ob du gestorben bist. Ich bin gegen so ein Messer gelaufen. Ich bin gegen so ein Messer gelaufen. Du bist so dumm, Alter. Ja, und in der Mitte der Karte sind Messer. Du darfst nicht in die Messer reinlaufen. Ja, hier sind überall Messer. Du kannst auch nicht hier. Oh mein Gott. Du kannst auch. Oh, du bist so dumm. Gerade eben noch. Hallo. So, ich schubst dich einfach in so ein Messer rein und gewinne ich. Komm doch her. Hier sind überall Messer. Du darfst nicht dagegen laufen. Hey, du siehst aber voll cool aus, Mann. Du hast so einen Hut auf. Sieht richtig fancy aus. Du hast so einen Soldatenhut. Guck mal, hier sind auch einfach Leute drin, die gar keinen Bock mehr auf ihr Leben haben. Wurfwaffen sind erschienen. Natürlich. So. Guck mal. Als ob, Junge. Hallo. Zack. Hä, wie machst du das? Du kannst Wurfwaffen auf G werfen. Oh nein. Ich sammle jetzt hier erstmal Sachen ein. Hallo. Warte. Oh, da. Das ist gut. Das ist gut. Was ist das? Ist das eine Pickaxe? Ich spiele jetzt Minecraft. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Oh, Alter, da habe ich die gerade weggefasst. Steh auf. Hallo. Oh. Wie viele Leben hast du noch? Nichts mehr. Oh. Woher kam denn der Wurfstern? Alter. Guck mal, hier ist eine riesige Säule in der Mitte aufgebrochen. Äh, äh, äh. Junge. Kannst du jetzt mal aufhören, mit diesen Kack Sachen zu werfen? Aber du kannst die doch auch aufheben. Das sind diese Wurfdinger. Wo bist du? Oh nein. 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 Geh mit der Schmitzlager weg. Nein. Hoppa. Und ich habe eine Schaufel. Äh. Äh. Komm her. Hi. Ja. Oh nein. Oh, ich habe keine Schaufel mehr. Ich töte dich. Nein. Ich mache dich kaputt. Bam, Junge. Oh mein Gott, ich bin tot. Jetzt mal ganz im Ernst. Wie oft, wie oft konnte ich dich hitten? Wie oft bitte? Du hast, ich habe tausend Scheiben auf dich geworfen. Das hat auch voll lang gedauert. Wie oft konnte ich dich denn bitte hitten? Wo bist du? Wo bist du? Ja. Man muss hier voll aufpassen, dass man nicht gegen diese Spitzel läuft. Okay, okay. Wurfwaffen sind erschienen. Ah ja. Oha. Ich hasse dich mit diesen Wurfwaffen. Ich mache jetzt Luftangriff. Nein. Nein. Geh weg. Mach diese Kack-Wurfwaffen weg. Oh nein. Ich hebe es jetzt auch auf, jetzt reicht es. Oh nein. Wo bist du? Waffen entstanden. Leute, du hast so einen Mundschutz einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bist du hin? Weiß ich nicht. Alter. Wo ist das Schild dahin? Oh nein. Ja, aber ich habe dich auch getroffen. Oh Gott. Oh, ich hole mir meine Schaufel wieder. Gib mir meine Schaufel. Der Typ hängt da einfach, gell? Okay, komm mal her. Oh Gott. Wo bist du? Komm her. Nein. Oh Gott. Ja. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Schaufel-Action. Nein, ich fall runter. Ich fall runter. Nein. Oh mein Gott. Okay. Leute. Oh mein Gott. Ich würde sagen, falls ihr sehen wollt, wie die nächsten Maps aussehen, dann würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder bei einer weiteren Folge und ja, hau da rein, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.